Erster Mai, Tag der Beinarbeit. Drei Länder, 189 Kilometer, 2964 Höhenmeter. Wöchentlich treffen wir uns immer zur Mittwochsrunde, aber heute ist Feiertag. Da schnappe ich mir vom BC ein paar Kollegen für eine Derb-Schleife. Jeder, der Bock hat, ist natürlich mit dabei. Die drei Gebiete sind schon an sich sehr unterschiedlich. In Holland hast du die dicken, knackigen, hochprozentigen kleinen Hügel, die das Ganze echt zur Achterbahnfahrt machen. In Belgien hast du die langen Straßen mit wenigen Prozenten, wo du oben ins Hohe Fendt guckst. Und im Ruhrtal und am Ruhrsee hast du die verschlungenen Serpentinenstraßen, die wieder was komplett anders sind. Da die anderen Mitfahrer ja eigentlich auch immer Spaß haben auf bekloppte Nummern, waren ziemlich schnell recht viele Mitfahrer gefunden. Das hat nicht lange gedauert, dann waren schon 20 Leute angemeldet und haben bekundet, dass sie mitfahren wollten. Und dann war klar, okay, die Geschichte müssen wir jetzt hier nicht in der kleinen Gruppe fahren, sondern wir können uns auch gegenseitig ein bisschen Windschatten geben. Die Gruppe ist super gefahren, alle hatten Bock. Die Gruppe ist schön zusammengeblieben die ganze Zeit. Nach der Pause war es gar nicht mal so einfach, wieder in Fahrt zu kommen. Die ersten paar Kilometer bergab, da wollte mein Bein schon mal eine andere Richtung, beziehungsweise zumindest ein Muskel darin. Aber nach ein paar Kilometer waren die Krämpfe dann wieder rausgefahren, dann ging es wieder. Da hatte ich schon so einen Schreckmoment, dass ich dachte, oh, das wird noch ein weiter Weg nach Hause. Am Anfang war jeder wirklich, oder viele, viele waren, wir waren eigentlich alle stolz, am Schluss wieder heil nach angekommen zu sein und die Strecke überstanden zu haben. Und man hat am Anfang auch gerade gemerkt, wie viel Respekt jeder vor der Höhenmeterzahl hat und vor der Kilometerzahl hat. Was eine Tour! Persönliche Rekorde gebrochen, die Strecke gemeinsam erfahren und drei Gebiete an einem Tag erschlossen. Was kommt als nächstes?